herzlich willkommen hier auf meinem kanal mcmo964 unterstrich tv ein neues event steht an ein mega event was es in dieser form noch gar nicht gegeben hat in zusammenarbeit mit zwei weiteren streamern und zwar zum ersten ist es einmal bot 0 1 und als zweites spawn tiger wir sind alles drei twitch streamer und wir veranstalten für euch exklusiv dieses custom game turnier in modus solo der gewinner dieses turniers bekommt eine paysafe karte in höhe von 35 euro und das kuriose an diesem turnier ist ihr dürft mich oder bot 0 1 stream snipen ihr dürft uns stream snipen ihr dürft uns jagen ihr dürft uns killen und derjenige wo uns gilt bekommt zusätzlich noch eine paysafe karte in höhe von 5 euro leute noch mal die daten für dieses turnier am samstag den fünften neunten um 19.30 Uhr beginnt dieses turnier die einzigste voraussetzung was ihr erfüllen müsst ihr müsst uns drei streamern folgen auf twitch die links zu den einzelnen kanälen findet ihr unten in der beschreibung ja geht auf diese links klickt auf den follower button ja und zeit einfach am samstag dem fünften neunten um 19.30 Uhr dabei habt spaß dabei jagt uns wir sehen uns und ich hoffe wir sehen uns alle am samstag und als kleines dankeschön wird jetzt kommen der nebel des grauen wir sehen uns am samstag den fünften neunten um 19.30 Uhr bye bye viele grüße euer mc mau neun sechs vier ciao